Hallo und herzlich willkommen zu diesem VHB-Kurs mobile Apps für Android. Diese Veranstaltung wird in Kooperation zwischen der Universität Passau und der Universität Regensburg angeboten. In diesem ersten Video stelle ich Ihnen die Ziele des Kurses vor, gebe Ihnen einen Überblick über die Themen des Semesters und zeige Ihnen, wie dieser Kurs aufgebaut und wie er ablaufen wird. Dieser Kurs schließt in der Regel an bereits abgeschlossene erste Programmierkurse an. Das heißt, wir erweitern hier Ihre Programmierkenntnisse und im Speziellen Ihre Programmierkenntnisse mit der Sprache Java. Darüber hinaus lernen Sie hier auch die Grundlagen der Anwendungsentwicklung. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht mehr mit kleinen, abgeschlossenen Programmen, Skripten oder Algorithmen, sondern entwickeln vollständige Anwendungen. Dabei beschäftigen wir uns auch mit fortgeschrittenen Prinzipien der Softwaretechnik bzw. der Anwendungsentwicklung, wie zum Beispiel den bewussten Einsatz von Entwurfsmustern oder zum Beispiel die Integration von Netzwerkkommunikation oder verschiedenen Arten, Daten innerhalb einer Anwendung zu persistieren. Der Kern des Kurses ist aber das Android-Framework. Sie lernen hier in diesem Kurs die wesentlichen Komponenten dieses Frameworks oder Software-Developments-Kits kennen und werden am Ende in der Lage sein, selbstständig kleine bis mittlere Anwendungen für diese Plattform umsetzen zu können. Wir verwenden diese Android-Plattform bzw. dieses Framework, um die ersten Ziele, nämlich das Erweitern Ihrer Programmierkenntnisse und auch die Vermittlung, Grundlagen, Kenntnisse der Anwendungsentwicklung, einem praktischen Beispiel demonstrieren zu können. An diesem praktischen Beispiel werden wir uns auch dann wieder über das Android-Framework hinaus mit ganz konkreten Problemstellungen des Software-Designs, im Speziellen aber auch für mobile Anwendungen beschäftigen. Das heißt, Sie lernen nicht nur für die Android-Framework oder das Android-Framework zu entwickeln, sondern Sie beschäftigen sich damit, was ganz genuine Funktionen oder Fragestellungen immer dann sind, wenn man für eine mobile Anwendungsplattform oder für ein Smartphone entwickeln möchte. Das heißt, wir schauen zum Beispiel ganz konkret darauf, was es vielleicht für Sensoren gibt in den Anwendungen bzw. den Smartphones, die wir einsetzen können, wie man Nutzer-Nutzerinnen-Schnittstellen bedarfsgerecht gestalten kann und wie man ganz allgemein eine eigene App in diesen bereits existierenden Anwendungskontext der Nutzerinnen integrieren kann. Und diese Kenntnisse können Sie dann auch übertragen auf andere Plattformen außerhalb des Android-Frameworks. Ganz am Ende werden Sie ein gemeinsames Software-Projekt mit einer Gruppe von Ihren KommilitonInnen erstellen bzw. implementieren. Und damit sammeln Sie dann, indem Sie all die Kompetenzen und die Kenntnisse, die Sie aus diesem Semester dann mitgenommen haben, anwenden, erste Praxiserfahrungen im Bereich der Anwendungsentwicklung in einem möglichst realistischen Kontext. Dabei wenden Sie zum einen das Wissen aus dem Kurs an, das heißt, Sie werden eine Android-App umsetzen mit dem Wissen, was Sie aus den verschiedenen Lerneinheiten mitgenommen haben. Wir werden sich aber auch nochmal damit auseinandersetzen müssen, was es denn heißt, tatsächlich gemeinsam Software zu entwickeln und was über diesen Kontext Android hinaus denn für Werkzeuge und Methoden sinnvoll einzusetzen sind, um eben zielführend und effektiv ein gemeinsames Software-Projekt erfolgreich zu beenden. Die Themen, die wir uns, um diese fünf Ziele zu erreichen, anschauen werden, sind auf der einen Seite erstmal die ganz konkreten Inhalte des Android-Frameworks. Wir lernen die Entwicklungsumgebung Android Studio kennen, mit dem wir gemeinsam dann erste Anwendungen umsetzen können. Wir lernen kennen, wie sich eine App innerhalb des sogenannten Life-Cycles verhält, also was passiert, wenn eine App gestartet wird, was passiert, wenn eine App vielleicht pausiert wird oder in den Hintergrund verschoben wird, was passiert, wenn eine App tatsächlich dann auch beendet wird. Wir lernen, wie wir für Apps in dem Android-Framework User-Interfaces nutzerzentriert gestalten können. Wir lernen, wie wir Nutzer und Nutzerinnen über bestimmte Ereignisse informieren können, auch dann, wenn unsere Anwendung vielleicht gerade nicht aktiv genutzt wird. Und wir lernen, wie man mit Intense nicht nur innerhalb der einen Anwendung von verschiedenen Bereichen zu anderen wechselt, sondern auch, wie man die eigene App in dieses bereits existierende Ökosystem aus den vielen verschiedenen anderen Anwendungen, die auf dem Smartphone der Nutzer und Nutzerin schon installiert sind, integrieren kann. Wie schon gesagt, schauen wir uns vor dem Hintergrund des Android-Frameworks auch bestimmte Besonderheiten von mobilen Plattformen an. Und das sind vor allem die Sensoren, die es so vielleicht in klassischen Desktop-Rechnern nicht gibt und mit denen wir zum Beispiel die Position von Nutzern und Nutzerinnen bestimmen können, aber auch solche Informationen wie Temperaturen oder Licht in den jeweiligen Anwendungskontext unserer eigenen Software integrieren können. Wir werden uns vor diesem Hintergrund auch damit beschäftigen, dass es für Android, aber auch für andere mobile Anwendungsplattformen sogenannte Developer Guidelines gibt, also Vorgaben und Empfehlungen, wie man diese ganzen technischen Aspekte dann tatsächlich auch vor dem Hintergrund einer möglichst benutzbaren, benutzerfreundlichen Anwendung umzusetzen hat. Und dieses Thema Usability, aber auch User Experience, also die möglichst positive Benutzungserfahrung einer eigenen App, werden Thema von diesem Kurs sein. Das alles bezieht sich in erster Linie erstmal auf das Android-Framework. Das heißt, wir schauen uns diese Punkte an, indem wir die verschiedenen Funktionen, die uns das Android-Framework in diesem Bereich vorgibt, tatsächlich auch praktisch anwenden, werden aber immer wieder auch darauf hinweisen, dass die Kompetenzen, die Sie da erwerben, auch übertragbar sind auf andere Plattformen, auf andere Programmiersprachen. Andere Programmiersprachen bzw. Programmiersprachen an sich sind dann der Bestandteil des zweiten Bereichs von unserem Kurs, denn während wir uns diese Themen ganz konkret bei dem Android-Framework anschauen, werden wir auch versuchen, etwas fortgeschrittene Themen der Programmierung, speziell auch der Programmierung mit Java, in den Blick zu nehmen. Dazu gehört zum Beispiel das Thema der Netzwerkprogrammierung. Das heißt, wie kann ich Inhalte in meine Anwendung integrieren, die vielleicht nicht auf dem Smartphone verfügbar sind, sondern die ich erst über eine entsprechende Schnittstelle von irgendeinem Server aus dem Internet beziehen umwandeln und dann anzeigen muss. Wir werden uns auch anschauen, wie man Daten persistiert, sodass, wenn Ihre App geschlossen worden ist und dann nach einiger Zeit wieder geöffnet worden ist, Sie mit den Anwendungszuständen vielleicht weiterarbeiten können, die die Benutzer, Benutzerin erzeugt haben, oder ganz allgemein Inhalte, die von den Usern generiert werden, dauerhaft abspeichern können. Wir werden uns vor dem Hintergrund sowohl der Netzwerkprogrammierung als auch diesem Persistieren von Daten aus ganz technischen Gründen auch mit Prinzipien der nebenläufigen Programmierung auseinandersetzen müssen, weil viele dieser Aktionen oder Funktionen nur dann umzusetzen sind in dem Android-Framework, wenn man weiß, wie man zum Beispiel mit Threads oder anderen Prinzipien in der nebenläufigen Programmierung in Java tatsächlich umgeht. Das alles werden wir versuchen, mit möglichst aktuellen Sprachfeatures von Java umzusetzen. Das heißt, wir werden vielleicht auch ein bisschen mehr als das in den Kursen, die Sie vorher besucht haben, uns anschauen, was es denn für ganz konkrete Neuerungen in letzter Zeit in der Programmiersprache Java gegeben hat. Und wir werden versuchen, bei all diesen Punkten immer möglichst den State of the Art oder die Best Practice für die jeweiligen Funktionen zu verwenden. Ein wichtiges Prinzip, immer dann, wenn man Anwendungen programmiert, die tatsächlich über eine grafische Benutzeroberfläche von den Nutzern und Nutzerinnen verwendet werden, ist die sogenannte eventbasierte Programmierung, die aber auch außerhalb des UIs sicherlich wichtig ist. Und dabei geht es darum, dass wir unsere Programme so gestalten, dass sie nicht von einem vordefinierten Zustand bis zu einem ebenso definierten Endzustand durchlaufen, sondern wir unseren Code so gestalten, der auf externe Ereignisse reagiert, wie zum Beispiel die Verwendung des UIs durch die Nutzer und Nutzerinnen, Klicks auf Buttons oder auch komplexe Aktionen. Das sind alles die Aspekte, mit denen wir versuchen werden, uns in fortgeschrittene Programmierthemen einzuarbeiten. Und der letzte Punkt, oder die letzte Gruppe von Themen, die wir uns anschauen werden, betreffen all die Sachen, die dafür sorgen, dass wir all diese interessanten Dinge dann auch tatsächlich im realen Umfeld der Softwareentwicklung nutzen können, nämlich die Methoden und Techniken, die uns helfen, gemeinsam in einem Team tatsächlich Software zu erstellen. Das heißt, wir schauen uns an, was sind denn so die tatsächlichen Werkzeuge, mit denen Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen arbeiten, wie entwickelt man, wie entwirft man auf einem professionellen Level Software. Dazu gehört der bewusste Einsatz von Entwurfsmustern. Was sind Entwurfsmuster überhaupt und wie helfen sie uns, indem wir wissen, was andere Menschen schon kodifiziert haben, explizit zur qualitativ hochwertigen Gestaltung unseres Codes einsetzen können. Dazu gehören solche Techniken wie Versionsverwaltung, also wie dokumentieren wir verlässlich und reproduzierbar, was wir wann an unserer Codebase gemacht haben, mit dem Ziel zum einen, unseren eigenen Arbeitsfortschritt zu dokumentieren, aber auch gewisse Dinge wieder rückgängig zu machen, wenn wir zum Beispiel in bestimmte Sackgassen uns begeben haben. Versionsverwaltung ist der erste Schritt dazu, dass man tatsächlich auch gemeinsam kollaborativ Software entwickelt und das ist dann das, was Sie versuchen werden, ganz am Ende in diesem Abschlussprojekt umzusetzen, indem Sie nämlich auf der Basis all dieser neuen Methoden und Techniken dann unter möglichst professionellen Rahmenbedingungen eine eigene Android-App entwickeln werden. Wir werden uns am Ende von diesem Kurs auch mit solchen Themen wie Markt und Monetarisierung beschäftigen, das heißt, einen Blick darauf werfen, was es denn heißt, wenn man jetzt eine App, die möglicherweise ein technisch und was die Bedienung angeht sehr hohen Qualitätsgrad erreicht hat, dann tatsächlich auch auf den Markt bringen möchte und möglicherweise damit auch entsprechend Geld verdienen möchte. Diese Themen, Markt und Monetarisierung so ein bisschen ausgeschlossen, die gehen in Richtung Softwaretechnik, also wenn Sie das Ganze jetzt nochmal versuchen werden, so ein bisschen zu gliedern, auf der einen Seite haben wir die Basics, wie verwendet man das Android-Framework, während wir uns diese Sachen aneignen, verbessern wir Ihre Programmierkenntnisse mit neuen interessanten Themen und übergeordnet über diesem allen ist das Thema Softwaretechnik, also die Wissenschaft davon, wie man tatsächlich unter Einbeziehung von entsprechenden Rahmenbedingungen professionell Software entwickelt. Damit Sie von Anfang an gut mitmachen können, müssen Sie ein paar Voraussetzungen mitbringen. Wichtigste Voraussetzung ist, dass Sie grundlegende Kenntnisse im Umgang mit der Programmiersprache Java haben. Das muss noch nicht zu weit fortgeschritten sein, also solange Sie so eine klassische Einführungsvorlesung, Einführung in die objektorientierte Programmierung zum Beispiel, gehört haben und entsprechend dann auch mit praktischen Übungen abgeschlossen haben, sollten Sie hier auf der sicheren Seite sein. Es gibt manche Universitäten oder Hochschulen, die diesen Kurs für Ihre Studierenden anbieten und die dann über bestimmte abgelegte Lehrveranstaltungen die Qualifikation für diesen Kurs auch entsprechend nachweisen. Für alle anderen Studierenden gibt es einen kurzen Qualifikationstest, mit dem Sie selber einschätzen können, ob Sie denn sinnvoll im weiteren Verlauf des Semesters an diesem Kurs teilnehmen können. Diesen Qualifikationstest wird es in der ersten Semesterwoche im Ilias-Kurs geben und im Groben sind die Dinge, die Sie mitbringen sollten, zum einen klassische Java-Grundlagen, also Wissen über sowas wie Klassen und auch das Modellieren bzw. Verwenden eigener Klassen. In dem Kontext natürlich solche Themen wie Sichtbarkeit und das Prinzip der Vererbung, aber auch das Gestalten qualitativ hochwertiger Methoden, die Verwendung von entsprechenden Parametern, die Möglichkeit mit rudimentären Datenstrukturen wie Arrays oder Listen oder auch Maps umzugehen und dann vielleicht auch noch so etwas fortgeschrittene Fähigkeiten wie zum Beispiel das Entwerfen eigener Interfaces und das Verwenden dieser dann auch. Auf der anderen Seite schadet es sicherlich nicht, wenn Sie auch schon so ein paar Grundprinzipien der Softwaretechnik oder des Softwareengineerings mitgebracht haben, also über dieses reine Level des Programmierens hinaus, wissen, was es denn vielleicht in Grundzügen heißt, guten Programmcode zu schreiben. Solche Dinge wie das Decomposition-Prinzip oder ganz allgemein Grundlagen der Code-Qualität sollten Ihnen bekannt sein. Sie sollten ungefähr auch schon wissen, was sich hinter diesem Begriff der eventbasierten Programmierung tatsächlich verbirgt. Wenn Sie schon mal so etwas wie das Observer-Pattern gehört haben, sind Sie da sicherlich auf der sicheren Seite. Und ganz wichtig, da wir von Anfang an mit einer relativ komplexen Entwicklungsumgebung Android Studio arbeiten werden, ist es sehr wichtig, dass Sie schon erste eigene Erfahrungen im Einsatz von modernen Entwicklungsumgebungen tatsächlich haben. Wenn Sie so etwas wie IntelliJ schon mal benutzt haben, dann sollten Sie hier auch keine allzu großen Probleme haben, denn Android Studio basiert auf IntelliJ, schaut also vom User-Interface ziemlich genau so aus. Unser Kurs findet vollständig online statt und teilt sich im Wesentlichen in zwei Phasen auf. Wir haben auf der einen Seite den Vorlesungsteil während des Semesters bzw. während der Vorlesungszeit und im Anschluss dann die Projektphase, in der Sie Ihre eigene App entwickeln. In der ersten Semesterwoche werden all diejenigen unter Ihnen, die nicht in Regensburg Medieninformatik oder Informationswissenschaft studieren, einen Qualifikationstest ablegen müssen. Und wenn Sie den bestehen, können Sie dann sich in die restliche Kursarbeit stürzen. Die ist aufgeteilt in wöchentliche Lerneinheiten. Und diese Lerneinheiten bestehen aus Foliensätzen und oder Lernvideos, Lesetexten zu jeder dieser theoretischen Einheiten, einen kurzen Wissenstest, um selber Ihren Lernfortschritt auch einschätzen zu können und einem Übungsblatt zur praktischen Arbeit. Dieses Paket an Inhalten werden wir voraussichtlich immer mittwochs im Ilias-Kurs veröffentlichen. Jeden Freitag wird es einen Livestream zum Kurs geben, in dem wir kurz über die theoretischen Inhalte der Woche sprechen und uns dann an praktischen Beispielen gemeinsam diese Inhalte noch mal anschauen und die vertiefen werden. Das heißt, wir werden in diesem Livestream versuchen, jedes Mal eine kleine App gemeinsam zu implementieren. Begleitend dazu gibt es in jeder Woche auch eine Online-Übung, in die wir alle Studierenden, alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen herzlich einladen und in denen wir gemeinsam mit Ihnen die Aufgaben aus den Übungsblättern besprechen wollen. Die Online-Übungen sind so aufgebaut, dass wir erwarten, dass Sie sich im Vorfeld mit den Übungsblättern beschäftigt haben und dass wir dort dann Hilfestellungen natürlich auch geben, vor allem aber auch auf der Basis von Ihren ganz konkreten Lösungsvorschlägen besprechen, was denn tatsächlich vielleicht schwierig war und wo es vielleicht irgendwelche Probleme gab und auch was Sie tatsächlich schon erfolgreich erledigt haben. Am Ende von diesem Vorlesungsteil gibt es eine Online-Prüfung. Das wird Anfang August so sein und dort testen wir, ob Sie sich die Inhalte aus diesen Lerneinheiten so weit angeeignet haben, dass sie zu den Abschlussprojekten zugelassen werden können. Das Bestehen von dieser Online-Prüfung ist Zulassungsvoraussetzung für den weiteren Kursteil. Da die Übungen freiwillig sind und wir daher wenig Möglichkeiten haben, sicherzustellen, dass Sie tatsächlich auch schon während des Semesters praktisch an den ganzen Inhalten arbeiten und dementsprechend gut vorbereitet sind für die Abschlussprojekte, bieten wir Ihnen an, dass Sie zweimal im Semester an einem kleinen Mini-Projekt teilnehmen können. Das ist ein etwas umfangreicheres Übungsblatt, was im Wesentlichen von Ihnen verlangt, eine sehr kleine App selbstständig umzusetzen mit entsprechenden Vorgaben und Hilfestellungen. Und wenn Sie das in Anspruch nehmen, erhalten Sie zweimal ein Semester von uns direktes Feedback zu dem, wie Sie das gemacht haben, sowohl auf der qualitativen Ebene als auch natürlich auf der technischen Ebene, das heißt in Quellcode. Nach der Online-Prüfung steht dann fest, ob Sie an dem Abschlussprojekt teilnehmen können und das implementieren Sie in Projektteams, die wir bereits im Juli, genauso wie auch den Themenvorschlag zu der App-App, die Sie umsetzen möchten, bestimmen beziehungsweise zuweisen werden. Das heißt, Sie machen sich schon im Juli Gedanken darüber, mit wem Sie was für eine Art von App dann umsetzen möchten und können dann Anfang August direkt in die Projektarbeit starten. Die Projekte werden von uns natürlich begleitet, das heißt, wir geben Ihnen der Hilfestellung, helfen bei Problemen und wir nutzen für die technische Realisierung von diesen Anwendungen GitHub, das heißt, wir werden sie im Vorfeld auch entsprechend mit Lernmaterial ausstatten, um zu lernen, wie Git als Versionsverwaltungssystem, aber auch GitHub als Plattform für die kollaborative Softwareentwicklung tatsächlich funktioniert. Ende September geben Sie Ihr Projekt dann ab und dann erhalten Sie auch Ihre Note für diese Veranstaltung, die sich zu 70 Prozent aus der Projektnote und zu 30 Prozent aus der Note ergibt, die Sie in der Online-Prüfung erhalten haben. Damit wir das Ganze sinnvoll durchführen können, verwenden wir in diesem Semester im Wesentlichen drei Plattformen, über die wir mit Ihnen kommunizieren möchten. Das eine ist der Ilias-Kurs, den kennen Sie bereits. Ilias ist die E-Learning-Plattform der Uni Passau, da finden Sie alle Lernmaterialien zum Kurs, Sie finden Informationen zum Kurs, da wird der Qualifikationstest und die Prüfung stattfinden und alles, was irgendwie extrem wichtig ist oder was die Lernmaterialien betrifft, wird immer über diese Plattform bereitgestellt werden. Sie erreichen den Ilias-Kurs, indem Sie sich in der VAB anmelden, zu dem Kurs navigieren, indem Sie sich hoffentlich schon eingeschrieben haben und dort dann auf den entsprechenden Link klicken. Dieser Kurs, das ist der Single Point of Truth in der gesamten Lehrveranstaltung. Also wenn es irgendwo widersprüchliche Aussagen gibt auf irgendwelchen anderen Plattformen, wenn irgendwas vielleicht ein bisschen unklar ist, dann beziehen Sie sich idealerweise immer auf das, was in dem Ilias-Kurs steht, das sollte stimmen. Dann verwenden wir Twitch, um die wöchentlichen Livestreams durchzuführen. Wir treffen uns immer freitags um 8.30 Uhr, um zur aktuellen Lerneinheit, sowohl theoretisch kurz, dann aber vor allem auch praktisch zu sprechen und zu arbeiten. Und wenn wir nicht im Ilias-Kurs sind und nicht auf Twitch uns gemeinsam irgendwelchen Programmierproblemen widmen, dann können Sie über unseren Discord-Kanal mit uns Kontakt aufnehmen, da haben wir Sie schon entsprechend eingeladen und diese Discord-Plattform ist einfach die Kommunikationsplattform, die diesen ganzen Kurs begleiten wird. Dort werden die Online-Übungen stattfinden, dort erhalten Sie Hilfe bei irgendwelchen Fragen zu den Übungsblättern oder später zu den Projekten und dort können Sie vor allem auch untereinander miteinander sprechen. Also die Kommunikation mit uns läuft vorrangig über diesen Discord-Kanal, aber auch die Kommunikation mit Ihren Kommilitoninnen sollte dort Ihren Ursprung finden. Und natürlich können Sie diesen Discord dann auch als Plattform für die Projektarbeit verwenden. Das war es erstmal im Wesentlichen mit einem kurzen Überblick über diesen Kurs. Wir werden uns in der ersten Semesterwoche dann noch genauer kennenlernen und dort werden wir uns dann auch vorstellen und dann freuen wir uns auf das weitere Semester mit Ihnen. Alles, was Sie sonst noch als Vorbereitung für diese erste Woche wissen müssen, finden Sie im Ilias-Kurs beziehungsweise dort auf den entsprechend verlinkten Seiten. Eine letzte Bitte noch, falls es noch nicht geschehen, kommen Sie auf dem Discord-Kanal vorbei, sodass wir dann dort direkt mit Ihnen sprechen können. Und, falls auch noch nicht geschehen, im Ilias-Kurs finden Sie eine kleine Umfrage zum Semesterstart. Wenn Sie Lust haben, füllen Sie die doch einfacher aus. Dann lernen wir schon mal ein paar Hintergrundinformationen über Sie, bevor wir dann in der ersten Semesterwoche mit dem Kurs starten. Das war's und bis zum nächsten Mal.